Und dann Moinsen zum Vorbericht zum Spiel gegen SC Freiburg am Samstag um 15.30 Uhr. 2-2 in Bremen, fangen wir damit an. Letztes Spiel, habt ihr nur die zweite Halbzeit in Bewegtbild gesehen. Die erste Halbzeit war halt noch in der Bahn mit Ticker und Twitter und so Geschichten. Gegen Leipzig waren es 8 Minuten, gegen Bremen waren es 4 und du lagst mit 1-0 hinten. Das ist ein Problem, dass nichts Neues ist, aber es wieder aufkommt. Kommen nach einer schwachen ersten Hälfte, in der ersten Hälfte quasi, kommen wir ins Spiel rein. Endo mit einem schönen Abschluss aus der Ferne 1-1. Wir haben dann auch mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit, die habe ich ja wie gesagt auch gesehen. Aber wirklich auch wenig ernste Chancen auf beiden Seiten. Dann eben der geile Spielzug, 75. rum war es glaube ich. Kalajic am Ende mit dem Traumpass, Silas rückt genau da rein und haut das Ding eiskalt rein. 1-2, Eckloffung mit einer Chance aufs 1-3 unter anderem. Und dann dachte ich, cool, sehr geil, nimmst die Big Points mit in Bremen. Vier Punkte aus zwei Spielen, geil, im Bremen Sieg hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Und dann kommt eben die 95. und da ist halt einfach ganz simpel, ich bin nicht der große Taktik-Experte und sowas, bin ich nicht. Da ist einfach ganz simpel ausgeübt, zu wenig Verteidigung für eine 95. Minute und du führst mit 2-1. Das ging viel zu einfach, wie die sich da vorne einfach mal kurz durchgespielt haben. Björk macht das eiskalt, hohes Bein und so, nee, passt schon mit dem Tor, kann man schon geben. Und dann fühlt es sich halt an wie eine Niederlage, ne? Fühlt sich an wie eine Niederlage. Last Minute ist immer scheiße, nach dem Spielverlauf geht es, denke ich, irgendwo in Ordnung. Ich konnte es, wie gesagt, nicht komplett sehen, aber nicht, was ich so gelesen habe. Was ich auch gerne rausnehme, sind die Kicker-Chancen-Statistik. Also nicht Torschüsse und sowas, wo ich Chancen, die sie in der Übersicht dann zeigen. Und da steht es auf 5 zu 6 für uns. Also ausgeglichen, wir sind näher dran. Ist aber irgendwo okay, du hast dein erstes, dein Auswärtsspiel gemacht und dann quasi das erste Heimspiel begleitet beim Aufsteiger, damit Hype kommt. Das ist alles andere als einfach den Punkt, den ich davor auch genommen. Wie gesagt, da habe ich auf 1 zu 1 geteilt, habe ich davor genommen. Nervt natürlich trotzdem, wären Big Points gewesen. Und so macht man sich das natürlich nicht unbedingt einfacher in der Saison. Sascha Kalajic, kurz angesprochen, weil ich finde das so ein bisschen Auf und Ab der Gefühle bei VfB-Fans, auch bei mir. Einerseits logisch, das Transfer-Drama da geht einfach nur auf den Keks. Diese Unklarheit nervt einfach. Keiner weiß, ob er sicher bleibt, ob er eben doch noch irgendwie random am 1.9. noch am letzten Tag noch wechselt. Gibt gerade natürlich nicht wirklich einen Abnehmer. Auch Manchester United war in Gerüchten jetzt irgendwie wieder doch nicht. Also es gibt eigentlich keinen richtigen Markt für ihn. Trotzdem kannst du es nicht ausschließen, dass er halt doch noch geht. In Sachen Leistung dann auch ein Auf und Ab. So manchmal ist schon das Gefühl da, dass er nicht ganz da ist, nicht ganz auf seinem Leistungshoch spielt. Körpersprache ist so ein bisschen diese Angepisstheit. Klar, man kann es natürlich mit viel in Verbindung bringen, aber ich nehme es ja immer mal als perfektes Beispiel. Ist das Frustfoul da in Bremen, wo er da mehr oder minder nachtritt so? Das muss einfach nicht sein. Könnte auch seine mentale Lage gerade so ein bisschen darstellen. Dann aber eben gleichzeitig sportlich starke, intelligente Vorlagen, die du halt absolut verlieren würdest. Diese Intelligenz und diese einfach Fähigkeit, diese Qualität von Körleitet, wenn er dagegen sollte, verlierst du einfach. Und er ist eben damit gerade Topscorer bei uns. Alle drei Bundesliga-Tore hat er vorgelegt. Bremen-Fans vs. Mislintat. Es gab nämlich Spruchbänder gegen die Haltung von Mislintat zum Thema oder zur Person Atakan Karasor. Kein Schutz für Täter, Solidarität mit Betroffenen, Mislintat heilt's Maul. Kann man ja grundsätzlich mitgehen. Kein Schutz für Täter, Solidarität mit Betroffenen, gut, Mislintat heilt's Maul, dem Thema muss man nicht mitgehen. Kann man so sehen, so ganz generell, jetzt hier auf Karasor bezogen, ist es halt einfach falsch. Es ist schlicht faktisch und rechtlich falsch. Mislintat hat auch Instagram gepostet, das Bild und auch natürlich ein Text dazu. Für ihn gilt natürlich Rechts- und Demokratieverständnis der Unschuldsvermutung. Und so, wie gesagt, ist ja auch der aktuelle Stand. Es gibt kein Verfahren, es gibt keine Verurteilung. Karasor ist kein Täter. Damit ist dieses Spruchband auch wahrscheinlich rechtlich, vielleicht sogar schwierig, weiß ich nicht. Weil es einfach falsch ist. So, gleichzeitig natürlich, muss man auch verstehen, finde ich auch okay. Ist dieser Ritt auf der Rasierklinge, der da ist, sollte er eben doch schuldig sein. Und am Ende halt irgendwann, kann er in drei Monaten dann doch schuldig gesprochen worden sein. Und halt da 15 Bundesliga-Spiele gemacht haben in der Zeit, in der er eigentlich dann so gesehen auch schon schuldig war. Das ist immer ein bisschen schwierig. Werde auch, wenn der Aussage sich hinter Mislatt gestellt, aus dem Zeitungsverlag Weiblingen. Wir werden uns wieder dazu äußern, wenn die juristische Sachlage noch klarer ist, dann wird auch jeder verstehen, warum ich die Themen, die wir in Bremen gesehen haben, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und gerade dieses, wenn die juristische Sachlage noch klarer ist, dann wird auch jeder verstehen, warum ich die Themen nicht nachvollziehen kann. Das klingt so vom Wortlaut her, ist immer schwierig, Interview, wir haben es abgetippt und so weiter. Aber vom Wortlaut her klingt das schon so, als würde es gerade in die Richtung von einer klareren Unschuld bei Karas so gehen. Aber logischerweise weiter ein schwieriges Thema. Kann auch gut sein, dass wir noch weitere Spruchbänder abbekommen. Es ist ja gefundenes Fressen für jede gegnerische Ultra- oder Fangruppierung. Unsere Auswärtsfans muss angesprochen werden. 2.500 Auswärtsfans haben die weite Reise nach Bremen auf sich genommen. Und ich finde es einfach auch wichtig, das anzusprechen, wie dermaßen stark wir auch da sind. Heimfans sowieso grandios, aber auch Auswärtsfans muss angesprochen werden, wie Bock stark wir da sind. Auch im Liga-Vergleich sind wir da ganz weit oben mit anzusiedeln. War noch im TV, da in der Übertragung, sehr, sehr gut zu hören beim Spiel in Bremen. Letzte Saison war krasser Support da, trotz eben oft schlechter Spiele und Enttäuschungen. Gab auch in Bremen wieder eine schöne Choreo zu Stuttgart-Kopp. Das haben wir wohl scheinbar jetzt echt etabliert. Freut mich sehr, so ein bisschen das Hype der neuen Saison. Richtig geil und ja, Auswärtsfans muss man einfach komplett raten. Komplett. Saisonstart. Damit ist man nicht bisher ungeschlagen, aber eben auch sieglos. Natürlich Pokal ausgenommen, aber ist ja gewonnen in Dresden. Dann zwei Spiele auf geteilten Platz 11 sind wir nun mit RB Leipzig tatsächlich. Gegen die haben wir einen Punkt gewonnen, muss man einfach so sagen. Auch wenn sie unverdient war, wir haben ihn aber am Ende des Tages gewonnen. Gegen Bremen so gesehen zwei verloren oder eben doch nur einen geholt. Unglücklich. So ist dann eben Fußball. Ich hätte ehrlicherweise auch wahrscheinlich mit einem Punkt nach zwei Spielen gerechnet. Leipzig hatte ich eigentlich als Niederlage gesehen. Da haben wir überraschend einen Punkt geholt. In Bremen dann unentschieden. So habe ich es ja auch getippt. Damit läuft es für mich zumindest nach meiner Erwartungshaltung ordentlich so. Quasi ein besserer Start als gedacht, wenn man so sagen kann. Dann Leistungen auch völlig okay, bis sogar gut teilweise. Siege natürlich trotzdem ein Thema, weil jetzt kommen die starken Freiburger. Danach Köln auswärts auch nicht easy. Dann könnte es so kommen, dass du eben am fünften Spieltag noch sieglos bist. Und dann kommt Schalke zu dir nach Hause. Der auch klarer, als Aufsteiger klarer Abstiegskandidat oder Abstiegskampfkandidat ist. Und dann musst du halt wirklich am fünften Spieltag Schalke zwingend auch mal besiegen. SC Freiburg. Unser Gegner. Klare Geschichte. Wie schon in der Saisonprognose von mir angesprochen, ist Freiburg für mich ein Top-Klub in der Bundesliga mittlerweile. Streich hat es glaube ich in der PK gesagt, das ist ein 50-50-Spiel jetzt auf Augenhöhe. Sehe ich halt einfach tatsächlich nicht mehr. Mag vielleicht übertrieben klingen, aber die sind einfach keine direkte Konkurrenz mehr da unten. In Sachen Klassenheit und Abstiegskampf, wie auch immer, spielen jetzt Euroleague diese Saison. Haben ein starkes Transferfenster hinter sich. Ginter geholt, Dohan geholt, Chiari geholt. Starkes 0-4 zum Auftrag in Augsburg. Auch ein gutes Spiel gemacht gegen Dortmund. Ein bisschen unglücklich gewesen. Momentum war da für Dortmund nach den Einwechslungen eben verloren. Kann es aber machen. So, es ging Dortmund verlieren, ist wirklich nicht schlimm so. Aber auch da ein gutes Spiel gemacht, die Freiburger. Mit dem ist es auch absolut zu rechnen, was da oben angeht, was so Platz 8 aufwärts ist, Platz 7 aufwärts ist, wie auch immer. Das hat sich über die Jahre so ein bisschen verschoben. Und deswegen gehen wir hier tatsächlich, würde ich sagen, mehr oder minder als Underdog rein. Wird es wieder ein 2 zu 3. Das spielt auch mit rein in diesem Punkt von Freiburg, wo ich sage, das sind schon die Favoriten gegen uns mittlerweile. Ist einfach so. Auch wenn wir zu Hause spielen gegen die generell gute Statistik gegen Freiburg. Gegen den Sportklub 25 Siege, 5 Unentschieden, 15 Niederlagen in 45 Spielen. In Heimspielen noch, noch deutlicher. 16 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen nur in 23 Spielen. Aber, das große Aber jetzt, neben dem Pokalsieg, der war auch ein Heimspiel 2020, im Winter haben wir keinen Bundesligasieg mehr geholt gegen Freiburg. Das letzte war 2018, auswärts in der Rückrunde und der letzte Heimsieg gegen Freiburg in der selben Saison zurück. 17, 18 auch, das war 2017 dann der letzte Heimsieg gegen Freiburg zu Hause. Letzte beiden Saisons, wissen wir ja, quasi mit demselben Spielverlauf recht schnell 0 zu 3 hinten gelegen, noch auf 2 zu 3 herangekommen, aber nichts mehr geholt. Zwei Jahre am Stück, 2 zu 3 verloren, das darf sich auch gerne ändern. Kader und Aufstellung und heute sogar mal die Pressekonferenz mit drin. Sie haben sie schon am Donnerstag gemacht, Kuss geht raus. Ein paar Themen gibt es auch, Wagnoman ist ein kleines Fragezeichen, ist aber wahrscheinlich eine Option. Größeres Fragezeichen ist Mafropanos, Wasser im Knie. Aber auch hier gibt es von Kiko die Aussage, dass es klappen könnte. Eklow ist auch jemand, den ich ansprechen will. Er hat einen sehr, sehr starken Auftritt hingelegt, finde ich, nach der Einwechslung in Bremen. Er hat auch physisch stark gewesen, viele Zweikämpfe gewonnen, trotz der Statur quasi, sehr, sehr stark. Trotzdem für die Start, er vermute ich erstmal nicht. Wahrscheinlich auch den besseren Impact dann, wenn er von der Bank kommt. In der Startelf ersetze ich auch mal jetzt Mafropanos und Wagnoman im Startelf-Tipp. Müller, Ito, Anton, Stenzel, Endo, Ahamada. So ist er, auch bei ihm die Info, er hat es in die Elf des Spieltags geschafft, vom Kicker nach der Einwechslung in Bremen. Und dann noch eben weiter Silas, Führig, Kaleitic, Tomasch. Wie gesagt, es könnten auch beide auf dem Platz stehen, deswegen hier quasi eine zweite Aufstellung. Sollten Dinos und Wagnoman doch spielen können, von Beginn an, rückt natürlich Stenzel raus, Dinos rein. Und dann rückt für mich auch tatsächlich Tomasch raus, damit Silas vorne rein und Wagnoman auf rechts. Jetzt, weil ich irgendwie gerade, ja, hat er, ich glaube, einen 5 bekommen im Kicker vom Spiel in Bremen. Auch gegen Leipzig nicht so ganz auffällig gewesen. Vielleicht den mal wieder auf die Bank oder von der Bank bringen, um es positiv auszudrücken. Da kommt noch nicht so ganz ins Rollen diese Saison, finde ich, Tomasch. Aber ist ja noch genug Zeit. Karas war natürlich auch eine Option, aber auch bei ihm, denke ich, wahrscheinlich auch von Fitnessstand und so weiter, dass er erstmal von der Bank kommt. Mola vielleicht auch ein Thema, aber ich glaube nicht, dass der jetzt Wagnoman oder Mafropanus ersetzt wird. Ausverkauft. Das Baden-Württemberg-Duell, wie es so schön genannt wird oft, ist ausverkauft. Auch mit 4.000 Fans im Auswärtsblock ist er ausverkauft. Da müssen wir jetzt auch durch die Umbauarbeiten dürfen. 4.000 Auswärtsfans kommen zu uns. Ausverkauft heißt halt bei uns nur die Saison oder für das Spiel auch 47.500, ne? Statt eben so, wo es normalerweise ist, 58.000, 59.000 ist ja dann meist alles ausverkauft offiziell. Und so wird dann halt wahrscheinlich für jedes Spiel announced werden können. Von wegen, es ist ausverkauft. Auch Schalke im Verkauf ist quasi schon weg. Deswegen ist der Begriff ausverkauft dieses Jahr immer ein bisschen anderer, weil wir halt einfach 10.000 Karten weniger verkaufen müssen für den Begriff. Trotzdem natürlich geil und klingt schön und es ist schön. Gibt aktuelle Einschränkungen im Bahnverkehr. Mal sehen, ob das bis zum Spieltag so ist, berichtet die BILD. Sehr eingeschränktes Angebot bei S1. S12, S2, S23 und S15 noch zur Information. Prognose. Es wird ein sauschwieriges Spiel gegen Freiburg. Das ist ganz klar. Es fallen hier oft viele Tore. Wie gesagt, 2 zu 3 und 2 zu 3 waren jetzt den beiden Heimspieler am Stück. Wir dürfen jetzt aber halt auch nicht drei Heimpleiten am Stück gegen die Freiburger haben. Das muss halt wirklich auch nicht sein. Ein Sieg wäre jetzt auch mal schön. Ich sehe es aber halt leider doch nicht ganz. Wir haben die Fähigkeit, aber Freiburg ist eben auch stark. Die spielen nicht umsonst Europa League. Die Saison haben auch einen starken Kader. Da habe ich alles schon angesprochen. Die Stimmung wird wieder wichtig werden. Im ausverkauften Stadion mit einer geilen Kanzlerkurve. Davon musste ich tragen lassen. Tippe tatsächlich aber hier auch zum dritten Mal in Folge, so langweilig es ist, auf den Unschienen. 2 zu 2 gegen Freiburg. Danach geht es nach Köln, wo ich auch auslös am Start bin. Das wird eine sehr, sehr heftige Nummer, glaube ich. Da wird auch gerade der Verkauf. Gehen die Karten richtig gut weg in Köln. Natürlich Köln auch von Heimfans. Geile Stimmung. Das wird ein richtig heftiges Ding. Wie immer hier noch der gesamte Spieltag getippt. Auch so in der Kicktipp-Runde drin. Ihr dürft wieder abends stimmen im Community-Tab und eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Alle, die neu im Start sind, gerne das Gott sei Dank für das Abo da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.